Es ist soweit. Am Wochenende nimmt die 2. Liga mal wieder den unglaublich spannenden Kampf auf. Um den Aufstieg, aber auch gegen den Abstieg. Ich verfolge sie natürlich sehr, sehr intensiv, keine Frage. Zumal da auch noch zwei Vereine unterwegs sind, die ich in der Vergangenheit mal betreut habe. Nämlich vor Dona Düsseldorf und zweimal sogar Hannover 96. Die 2. Liga hat riesengroße Traditionsvereine dabei, die allesamt gern in der 1. Liga gesehen werden würden. In dieser Saison glaube ich, dass der HSV es endlich schaffen wird, die Bundesliga wieder zu erklimmen. In dieser Saison ist es soweit. Ich glaube fest daran, dass der HSV aufsteigen wird. Der Trainer, der sein Ziel erreicht, der ist erfolgreich. Ob er zu den Besten gehört, von außen mit Sicherheit sehr, sehr schwer einzuschätzen. Euer Peter Neuer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017